Wusstet ihr schon, dass Lebkuchen früher eine Ganzjahresleckerei war? Was uns als typisches Weihnachtsgebäck bekannt ist, war bis zum Dreißigjährigen Krieg Anfang des 17. Jahrhunderts das ganze Jahr über beliebt. Erst als die Zutaten im Laufe des Krieges immer schwieriger zu bekommen waren, wurde der Lebkuchen nur noch zu besonderen Anlässen auf den Tisch gebracht.